hallo und willkommen zurück bei die derpyoten mit knorker in den letzten zügen mit bioshock infinite danke nochmal an die jungs von one.de hardwaregoofies und profis und profis auch dazu die uns dieses vorzüglich delikate spiel zur verfügung gestellt haben. na dann ellie lass mal sehen ob wir die steuerung finden von dem turm siphon ich dachte eigentlich dass der turm schon längst zerstört ist aber naja dem war wohl nicht so komm ellie komm wieder raus rein ach dadurch okay na dann so gucken wir mal also wie gesagt ich weiß gar nicht wo wir jetzt wirklich sind sind wir in dem dem turm oder den turm an den aus dem wir ellie befreiten ähm ja haben wir doch zerstört lust ein schloss aufzuknacken lust sagt gar nichts dazu hat er die schnauze voll hier ah steuerung okay jetzt sind wir auf der kommandobrücke der hand des propheten schloss aufzuknacken bei dem bekomme ich immer gänsehauern weil es kann sein du drehst dich um zack erwachen sie zum leben und schießen dir in die schnauze und jetzt was will sie uns sagen schloss aufzuknacken und schloss aufzuknacken schloss aufzuknacken schloss aufzuknacken die geht heilig und gut porträt die Aschleisterfugel Prozent nicht beschützen das ist das für mich ein und mit einem alle können los 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 er hilft uns wir können ihn gegen die wachsflotte einsetzen ok und wie raketen ok wie viele sorgen bei den Sibbelin zu schützen irgendwie mach ich das ähm ähm ok du kannst sagen was feindlich bedrungen anzugreifen Ziele auf ein beliebiges markiertes Ziel inhaltige drückt größere Ziele für eine längere Abklingzeit na dann ach wir brauchen das Ding um nach Worn hier mit Eilen zu kommen los aber klar so ähm 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 so oh ja das war's noch ist das ein Präzisionsgewehr? oh ja hehehe dann snipern wir mal ne Runde ähm boah was ein Rückstoß hab ich's getrocht? ok Schiff angreifen ok Dankbörten wow jungen jungen ok ähm glaub ich so Nummer 1 schießt noch einer wo schießt die denn? ah so ok wir müssen noch eins angreifen lassen schießt noch einer ah ah nicht mehr lange fuck oh oh ja ich halte gedrückt jetzt schauen wir uns mal aus der Nähe an oh Gott da kommen wir viele Kampfschiffe ah schon ist es weg so oh einmal weg ok ok jetzt auf Thunbirdchen so äh da kommen noch mehr da kommen noch mehr irgendwie will der Thunbird nicht jetzt da ist doch äh nachladen Präzisionsgewehr da haben wir noch dieses oh da dreht noch einer ok Kopf weg ne ja also geht doch das Hämtchen weggeschossen dann das Köpchen hinterher gut Deckung mhm oh da drüben so ok die schießen hier auf das Ding oh Raketen ok da oben Kopf treffen ist er dunkel ach ach so schade ja gut wir müssen mehr aufpassen ein bisschen Erkältung heute zusätzlich ok also wir müssen jetzt mehr auf diesen Kern aufpassen und eigentlich die Jungs die da drauf ballern gleich mal weg wegfegen dann lädt er jetzt so lang dumm 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 wollte ich mir das Präzisionsgewehr jajaja Präzisionsgewehr ja 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 richtig so Präzisionsgewehr schnappen ok 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 danke mach mal was einmal so ähm wir müssen die alle weg abschießen ja mal vor die Mauer ich bin ja so beschäftigt hier einmal dreimal 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 so war noch einer wenn ich mich richtig erinnere ja zwei so so ok ok oh sehr schön so gut vollreifer ok ok wir müssen da oben irgendwie was zu machen ähm runtersnipern so und so schneller vorkommen bevor die ich glaube es wird wieder knapp werden fliege so entspricht ich bin noch ein bisschen beeilen hier Sooo Wo schießt sie denn noch? Wo schießt sie denn irgendwo? Ah da 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 Ich hab echt ein bisschen aufpassen und nicht beeilen Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, ah hier Gehen wir zurück, so Song wird Ja, okay, Song wird ist bereit Wo ist Song wird? Ah, um einmal So Ich bin echt auf den Scheiß, ich kann aufpassen Wo geht's? Jetzt hin, da oben ist auch keiner Sooo Sooo Ich möchte hauen Ich hab keine Nahkampfmasse hier Um, 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 um Sooo So Dank wird, auf geht, danke Ah hier ist noch der Okay, so Kann ich den weg? Oh hey, die nehmen wir auch ganz schön Ja, ein Schuss noch, komm Gedeckt So 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 Okay Ich hab nicht mehr viel Doch sie sind mit Blutschwein Ja Ich hab nicht in einer Reling hängen So Aber heute werden unsere Tränen zu Gold Und das werden zu Blut Zeppelin Zeppelin Oh nu Wollt die abschießen? Oh, ne natürlich nicht Ah jetzt Hehehe Oh ne, sie schießen's jetzt Patrioten Oh, Pflup, Pflup Oh, das hab ich niemals, ey, komm Ähm Ähm Was hab ich dafür? Hab ich irgendwo hier noch einen Geschützturm? Ne, natürlich gar nicht, ey Oh 'm Doh Uhm Hmm 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 De klarer Eck Ah, ich temps Sie Okay, von hinten versuchen die. Oh, hey, die schlucken ja von hinten ganz schön. Ach, crap, hey, echt. Ne, es ist doof. Hm, okay, also irgendwie muss ich eine andere Taktik hier anwenden. Hm, wenn bis die Patrioten eintreffen, der Kern schon auf. Nur weil sich 20% ist, dann ja. Ach, sieh, schaffe ich das nie und nimmer. Ja. Das ist Raketen. Ja gut, Songbird. So, einmal. Ja, das müssen wir jetzt. Ups. Einmal. Zweimal. So, da war noch mal einer. Kampfschiffe. Achtung! Okay, also Songbird, mach mal was. Okay, ah, da drüben. Kampfschiffe. Ja. Da ist so einmal weniger. Okay, so. 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 Wo. Oh, crap. Hm. Oh, crap. Hm. Ja, ich will ja noch... Ich... Also irgendwie klappt das nicht immer so mit dem... Ah, jetzt. Okay, ja, aber jetzt wieder Cooldown... ...Sin Songbird. Okay, das sind immer schön die Nahkämpfer hier. Den Treffen hab ich aber grad irgendwie nicht so wirklich. Ähm... Mhm, gut. Okay, das war's. Uncool, Bro. Uncool. Cool. Ja, ich muss aber diesen scheiße... ...blöden Raketenwerfer da hinziehen. Okay, einmal weniger. Okay, weniger. So, ja. Nur 50% von dem Scheißkern. So. Gut. Ah, jetzt kommen noch... Ah, jetzt kommen die Patrioten. Na, super. Boah. Okay, jetzt suche ich mal was. Die von oben einfach wegzusnipern. Von oben auch dann den Befehl zu geben. So, komm, renn, 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 renn. Okay, Patrioten. So. Gut, diese Patrioten haben wir unten. Zu viele, letztlich mal. Wo wir uns nicht mehr aufrichten können. So, bleibt jetzt fünf gewesen. Um mal ausrichten können. Was ist denn mit dem... Okay. Ja. Ja, ich liebe Big Nico. Ich liebe Big Nico. Ich liebe Big Nico.